Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu unserer Sendung Montagsansichten. Noch ein bisschen locker begleitet nach dem Urlaub zurück, wie Sie auch, aber jetzt geht der Ernst des Lebens wieder los. Wir informieren Sie wieder und heute haben wir eine kleine Testsendung, wie es letztes Mal auch schon, denn ich begrüße hier immer die Zuschauer in Zweibrücken, in Pirmasens direkt und in Rotalperndahn, Hauenstein, aber jetzt begrüßen wir auch unsere Zuschauer im Saarland. Wie werden Sie fragen, wieso im Saarland? Ja, liebe Zuschauer, das Saarland hat zwar keinen offenen Kanal, aber die haben Internet und weil die auch sehen wollen, was bei uns los ist, haben wir gesagt, da zeichnen wir doch das im Internet unter dem Hinweis pfalz-saar.tv. Sie werden es noch sehen und, liebe Zuschauer, was ganz besonders interessant ist, wir schauen, was die drüben machen. Drum bringen wir Ihnen als manchmal was mit und das Ganze erfahren wir hier im Pfälzischen Merkur, denn der Pfälzische Merkur, der informiert grenzübergreifend nicht nur Richtung Pirmasens, sondern auch Richtung Saarland und das wurde teilweise aus technischen Gründen letzter Zeit auch etwas versäumt. Aber jetzt zum Thema. Zunächst Zweibrücken statt der Rosen und Trosse und vor acht Tagen hatten wir in Zweibrücken Vierspänner Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und da habe ich gesagt, die dürfen nicht auf der Rennwies nur rumrennen, die müssen in die Stadt und als Kurier des Herzogs habe ich zehn Gespanne eingeladen, ums Schloss zu fahren, war ein Haufen Arbeit, aber es hat geklappt und der Pfälzische Merkur hat ganzseitig berichtet. Aber jetzt sind wir natürlich im offenen Kanal und in TV-Falz Saar besser. Wir zeigen es Ihnen bewegt. Drum Matz ab. Vierspänner in Zweibrücken vorm Schloss. Der Kurier des Herzogs von Zweibrücken hat gesagt, wir sind eine herrliche Pferdestadt, wir verstecken unsere Pferde und unsere Kulchen zu sehr, haben ein paar Zweibrücker Bürger gefragt, ob sie das mitfinanzieren, das kostet ja auch etwas, diese herrliche Ausstattung. Und jetzt ist es gelungen, Ihnen das zu präsentieren im Vorgrip auf die 600-Jahr-Feier Herzogtum Zweibrücken, wo wir unser Herzogtum, unsere Herzogsstadt entsprechend auch mit Pferden und Kutschen präsentieren wollen. Ich übergebe dem Fachmann wieder zurück. Trommelwirbel. Ja, liebe Zuschauer, uns spielt für Sie der Ergänzungskorps des Theaters in Biedewelt. Da zog ich manche Stunden ins Tag, wie im Haus. Dich, mein stilles Tag, grüß' ich tausendmal. Da zog ich manche Stunden ins Tag, wie im Haus. Dich, mein stilles Tag, grüß' ich tausendmal. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt die einmaligen Bilder. Im Schlosshof, also hinter dem Schloss, können wir mit den Kutschen vorfahren und kein geringer als die Schirmherrin, die Frau Anita Schäfer, unsere Bundestagsabgeordnete, sitzt auf der Kutsche. Hier eine andere Kutsche mit ungarischer Anspannung. Also einmalige Bilder. Hier nochmal Frau Schäfer, die extra zu uns gekommen ist. Und von hier aus ein Dank an den Präsidenten des Pfälzchen Oberlandesgerichts, der für diese spektakuläre Veranstaltung, schauen Sie einmal, solche Bilder, solche Rosse in der Stadt, die Türen geöffnet hat zu dem Schlosspark hinten dran. Und jetzt genießen Sie einfach mal die ungarische Anspannung, diese Tiere in der Ruhe des Schlosses. Und jetzt genießen Sie einfach mal die Schmerzchen, diese Tiere in der Ruhe des Schlosses. Und jetzt genießen Sie einfach mal die Schmerzchen. Ja, liebe Zuschauer, und so wird Kutsche um Kutsche insgesamt zehn Kutschen in den Schlossgarten einfahren. Es könnte auch eine Probe sein für das nächste Jahr, 600 Jahre Herzogtum Zweibrücken. Und da muss etwas Dekoratives in die Stadt her. Da darf es nicht sein, dass die Stadt gar keine Kutschenpferde oder Kutschenfahrer mehr hat. Da muss man sich auch bei der Verwaltung und den zuständigen Stellen etwas gefallen lassen. Und nun, vor das Schloss, sogar der OB mit Frau war hier. Bitte. Wenn Sie heute Nachmittag oder morgen Zeit und Lust finden, laden wir Sie gerne ein, auf die Rennwiese zu kommen und der fahrsportlichen Großveranstaltung hier in Zweibrücken beizuwohnen. Er kommt aus dem Saarland, vom Reis und Fahrfreien Gliesen. Bitte mal anhalten, Walter. Und natürlich bei ihm auf dem Box, das ist die Landtagswiese. So, ein Beifall für die Schirmherrin. Walter Meyers und erfolgreich in vielen M&S-Prüfungen. Ein ganz alter Hase im Fahrsport. Diese Präsentationsprüfung, wie sie genannt wird, das Herausbringen vom Pferd, Wagen, Geschirr. Eine Zahl von 45 von 50 erreichbaren Punkten. Ein sehr gutes Ergebnis für dieses Gespann, was den Sieg in dieser Prüfung davongetragen hat. Und wieder ein sehr gutes Ergebnis für dieses Gespann. Und jetzt wieder ein sehr gutes Ergebnis. Musik Ja, liebe Zuschauer, ein einmaliges Bild. So viele Vierspännerkutschen vor dem Schloss. Ich glaube, das gab es noch nicht mal zu Herzogszeiten. Und wir danken hier dem Ergänzungskor aus Bielefeld und natürlich auch den Kutschenfahrern, hier die ungarische Anspannung und insbesondere dem Kutschenfahrverein Westpfalz, der diese Rheinland-Pfalz-Meisterschaft auf der Rennwiese veranstaltet hat, weswegen die Kutschenfahrer, nämlich die Vierspänner, überhaupt nach Zweibrücken gekommen sind und sich dann auch so toll vor dem Schloss präsentieren konnten. Natürlich auch dem Sponsor, der das mitfinanziert hat, denn die Kosten mussten den Kutschenfahrern auch ersetzt werden. Aber dann noch gerade die Vierspänner auf der Rennwiese за den Kutschenfahrer.